Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute mal wieder alleine, weil ich dachte, warum nicht? Ist doch auch mal ganz entspannend. Ich würde sagen, wir nehmen... Gute Frage, wir nehmen einfach den guten alten Beacon. Ich hasse High 5C. So viel dazu. Dann halt nochmal. Ich habe heute mal ein, zwei kleine Themen vorbereitet. Beziehungsweise eins davon ist etwas größer. Aber das besprechen wir im Spiel. Wir nehmen welche Map? Hospital. Kenne ich gar nicht, glaube ich. Wir nehmen einfach mal einen Quarzblock. Ich habe keine Ahnung. Äh, nee, tatsächlich kenne ich die Map wirklich gar nicht. Cool, oder? Kenne ich... Ich weiß es nicht, kenne ich die? Kann gut sein, dass ich einmal oder so hier drauf gespielt habe. Aber ich weiß es nicht genau. Da habe ich eigentlich ein Versteck für einen Quarzblock. Hier auch, aber da wird man safe drauf kommen. Wir bleiben jetzt erstmal hier. Eins der Themen, das etwas größere ist. Ich habe ja mal vor, ja, knapp einem Jahr her oder so, würde ich jetzt behaupten, ein kleines Video gemacht, wo ich so ein bisschen über mein Privatleben erzählt habe. Beziehungsweise ob ich Ausbildung mache, Schule mache, whatever. Und ich würde euch dazu gerne ein Update geben, weil es ist einiges seit dem letzten Video passiert. Und zwar habe ich die Ausbildung per Aufhebungsvertrag abgebrochen. Ja, ist nicht schlau, ich weiß. Die Gründe dafür sind nämlich, äh, einerseits war ein Grund, dass eine Strecke 40 Kilometer waren. Was dann halt 80 Kilometer am Tag waren. Habe ich mir nicht so stressig vorgestellt. Im Endeffekt war es ziemlich stressig. Hm. Ja, das war halt so einer der Hauptgründe. Oh. Ja, der weiß, wo wir sind. Woher auch immer die das jetzt alle wissen, ey. Also entweder in einem Hex oder es sind wirklich 24-7 auf diesem Server und kenne ich schon alle Maps auswendig. Hä? What the fuck? Es lebt noch Redstone und Blood. Der andere Grund dafür war ganz einfach, dass ich halt zu wenig Geld bekommen habe. Und ja, ich weiß, das stand auch von vornherein fest, wie viel ich bekommen habe. Das hätte ich auch nachsehen können im Ausbildungsvertrag und so weiter. Habe ich auch unterschrieben? Ja, ich weiß. Also macht mir, was das betrifft, bitte keine Vorwürfe. Ich weiß das. Jedenfalls ist es halt so, dass wenn du aus der Schule frisch kommst, gerade so dein Taschengeld verdient hast und dann auf den Lehrvertrag siehst, oh, so, keine Ahnung, jetzt als Beispiel mal, oh, 500 Euro. So, das ist ja mal mega geil, dabei ist das vielleicht wenig, keine Ahnung, kommt halt aus dem Beruf drauf an. Äh, dann, das Geld klingt dann halt schon nach einer Menge so, dabei ist es in Wirklichkeit wenig. Was ich jetzt verdient habe, will ich euch jetzt nicht sagen, weil es war wirklich wenig, aber ich bin nicht wirklich multitaskingfähig. Ich kann nicht reden und spielen gleichzeitig irgendwie. Jedenfalls komme ich jetzt auch mal zum Punkt. Habe ich sie halt dann auch abgebrochen, wegen den genannten Gründen. Und ja, dann stand ich erst mal da, was mache ich jetzt? Hm. Ja, dann wusste ich erst mal nicht weiter. Äh, habe mich dann so informiert. Und dann wurde mir von der Agentur für Arbeit, so eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme heißt es, glaube ich, vorgeschlagen. Nur ich wusste halt auch nicht, was soll ich machen, so beruflich in meinem Leben. Das klang dann nicht schlecht, ich kriege da auch eine Vergütung, das geht ein Jahr lang. Da habe ich mir gedacht, okay, da, also für alle, die es nicht wissen, was das ist, das ist quasi, du bist da ein Jahr, machst halt verschiedene Praktikas in verschiedenen Bereichen. Wenn du mal gerade nicht in einem Praktikum bist, ähm, dann guckst du, äh, dann gehst du halt dahin, wo das stattfindet und da geben die deine Aufgaben. Und ja, da bin ich halt jetzt momentan auch. Leck die Aufnahme. Ich hoffe nicht. Ich, ich habe das Video gerade schon mal gedreht. Nun, da war ich extrem leise, von daher, nee, jedenfalls bin ich da momentan. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, Fachkraft für Lagerlogistik zu werden, also quasi im Lager zu arbeiten. Ja, da verdient man halt auch nicht so die Welt. Shipyard. Da nehmen wir den. Jedenfalls, also was das Geld betrifft, habe ich irgendwie immer Pechsträhnen, so. Was ist denn das für eine Map? Wo ist denn das? Was ist das für eine Map? Ey, warum kenne ich die ganzen Maps nicht? Habe ich die schon jemals gespielt? Nein, oder? Ich weiß es nicht, Mann. Ey, ich kenne die Map nicht. Kann ich mich hier, ja gut, hier, aber das ist ziemlich auffällig so. Also, jedenfalls ist mein aktuelles Ziel halt, Fachkraft für Lagerlogistik zu werden. Das macht auch, macht mir auch schon Spaß, würde ich sagen. Also, kann ich schon mit leben. Und ja, das ist so der Stand der Dinge im Moment. Da ich jetzt 18 Minuten auch den Führerschein schon mit begleitetem Fahren hatte, habe ich jetzt auch einen Führerschein, so. Was halt auch nochmal Vorteile bringt bei der Ausbildungssuche. Das war close. Ein anderes Thema, was ich mir überlegt hatte, war mein Equipment. Ich hatte vor, weil ich habe, ich nehme ja momentan mit so einem ganz normalen scheiß Camcorder auf, muss die SD-Karteien da rausnehmen, in meinem PC stecken, die Dateien rüberziehen und dann immer wieder alles synchronisieren im Schnittprogramm. Und da war ich jetzt am überlegen, ob ich mir eine Webcam zulege, so, dass ich dann halt gleich die Webcam mit in derselben Videospur aufnehme. Da kommt jemand. Da läuft jemand. Jedenfalls war ich am überlegen, ob ich mir eine hole. Das macht er. Aber ja. Ist das dein Ernst? Shut the fuck up. Oh, oh. Ja, lock die mal bitte weg. Danke. Auf jeden Fall, wenn ihr mir eine empfehlen könnt, so mit recht guter Qualität. Oh, oh. Sorry, aber es musste sein. Bin hängen geblieben, scheiße. Lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht, von wie vielen Leuten ich verfolgt werde. Scheiße. Habe ich sie abgehangen? Ich weiß es nicht. Fuck, da kommen auch extrem viele. Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Nein, ich bin hängen geblieben. Danke für den Boost. Ich bin wieder stehen geblieben aussehen. Geil. Wie treffen die mich? Scheiße. Gut. Also wenn ihr mir eine empfehlen könnt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Schön kill abgestaubt. Ehre. Holzblock. Wo lebt denn ein Holzblock? In welcher Natur lebt denn der? Ich würde gerne einen Holzblock finden. Okay, wo auch immer der war, ich habe keine Ahnung. Ich würde an der Stelle sagen, wir spielen noch eine letzte Runde. Und dann war es das auch für die Folge. Ah, ich glaube ich weiß was. Da war Werkbank gut. Gut, wo war das? Wo war dieser Spot, den ich vorhin gesehen hatte. War der hier? Ich weiß es nicht mehr. Ja, da. Oder wir gehen einfach hier hin. Ja, ich würde sagen, hier ist gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so als Heider zu gewinnen ist schon ziemlich schwierig. Weil wenn es dann am Ende 19 Seeker gibt oder wie viel, äh, ja 19 wahrscheinlich, 10 Seeker gibt oder so, dann kommst du da echt nicht mehr. Weil jeder schlägt, weil jeder schlägt. Weil jeder schlägt dann halt jeden Scheißblock und dann fällst du direkt wieder auf. Ich habe mir übrigens eine Software gekauft. Sieht verdammt echt aus. Ist aus Vollmetall. Ist eine schöne Glock 19, dritte Generation mit Gas, CO2 und hat bis zu 2 Joule. Aber die ist auch verdammt laut, wenn man damit schießt. Ich habe einmal geschossen. Oh Gott. Ich war nicht auf so einen lauten Knall vorbereitet, sagen wir es so. Aber um einen Bildungsauftrag zu erfüllen, mit Softairs spielt man nicht. Damit können sich Leute verletzen. Vor allem auch nicht in Augen schießen oder allgemein keine anderen Leute abschießen. Das ist einfach los, wenn man das macht so. Also, ja. Ich habe Angst, Mama. Hilfe. Hilfe. Ich muss echt sagen, die Maps sind schon schön gebaut so. Auch wenn ich nicht verstehe, was das mit einem Krankenhaus zu tun hat. Aber es ist hübsch. So, und darauf kommt es noch an. Ja, Ehre, dass ich hier hängen bleibe. Überall. Ehre. Ich bin überall hängen geblieben, wo man hängen hätte bleiben können. War das deutsch? Ich bin mir nicht sicher. Aber nun gut. Zwei Blätter leben noch. Ehre. Wo leben denn die Blätter? Oh, eine Werkbank lebt immer noch. Wo sind denn die? Sag mal, ich bin so scheiße als Sieger. Ich schwöre es euch, Leute. Ein Blatt lebt. Und eine Werkbank. Und wo genau, bitte? Es wäre ja ganz interessant zu wissen. Hä, wo zum... Wo war die Treppe, um runterzukommen? Hä? Wo zum... Ich verstehe es nicht, aber ist ja auch egal. Man muss ja nicht alles... Ah, hier ist die Treppe. Hä? Warum lebt denn jetzt auf einmal noch so ein Stein? Waren das nicht eben noch Blätter? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Es war doch eben noch ein Blatt. Und nicht so ein Stein. Ich habe keine Ahnung, wo der war. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben. Da um mich zu unterstützen. Wenn nicht, dann lasst einen Dislike da. Aber auch fairerweise irgendwie mal so ein bisschen Feedback in den Kommentaren, damit ich eure Meinung noch ändern kann. Dann würde ich sagen, um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr gerne abonnieren und Glocke aktivieren. Haut rein. Macht's gut. Und ciao.